ja aber richtig schlimm was sie will niemanden hier und stand niemand und niemand aussteigen und und die jahre strecken und mein schöner Stuhl hier wie wir ihn alle lieben ja komm mach grün und dann sind wir doch alle zufrieden gut ist doch hin zu uns hallo liebe in Verspätung weil ich die Neu-Unden bisschen zufrieden so wie ich stand e-boot also kann ich ja noch die Türe auflassen ein Ticket zwischen den Ticket die Städte wo stieg zu stehen und nie es ist die Ampli ist wahrscheinlich die Städte jetzt in Ruhe um ein Studium und in die Stadt die müssen nicht auf den Piss, Alter. Sie läuft mir jetzt ernsthaft hinterher. Schön, was? Bist du bei mir, bist du nicht schon lange weg. Oh, Mama. So, jetzt halte ich mal genau bei dem Typ. So. Es läuft ja weg. Wenn man stets. Tom Opa. Der Freund. Hi. Ein Studium. Ich sie können. Was? Was war das? Ach so. Der Lichterschalter muss mindestens auf der ersten Stufe stehen. Okay. Ich sieh. Ich sieh. Ich sieh. Ich sieh. Ich sieh. Ich sieh. Jetzt reizen wir hier mal runter, dass die Bude brennt. Ich sieh. Ich sieh. Ich sieh. Ich sieh. Ich sieh. Wir sind unter. Aber keine weißen Städte. Ich sieh. 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 Das ist rot. Ich glaube, da bin ich letztes Mal drüber gefahren. Weil ich auch nicht aufgepasst habe. Also wenn... Dann würde ich sagen, fahrt nie mit mir Bus. Wenn ich so was mache, die Verte läuft einfach schwer über die Kreuzen zu tun. Denn, wie ihr seht, ich bin kein guter Busfahrer. Überhaupt nicht. Wir kommen. Jawohl, der fährt halt nicht und produziert weiter. Ich bin nicht gestorben. Und ich bloß hoffen, dass da keine Bombe kommt. Ne, dass links neben mir keiner kommt. So. Hier steht niemand. Doch hier steht... Alter. das ist eher ganz schön. Das ist ganz spät. So, aber ich habe noch Frage. Okay, kein Problem. So, 20 Cent, bitte. Sorry, Alter. Aber ich habe ein Bargeld. Sorry, Alter? Hat der gerade Alter zu mir gesagt? Alter, so geht's dir nicht weiter, Alter. Sag bitte. Was denn? Invalid, warum gibst du mir dann 1,2 Euro? Ah, jetzt kriegst du da die 50 Cent wieder zurück. Na, das ist so unlogisch, ey. Hi. Hallo. Hallo. Was mich jetzt mal echt interessieren würde, wo viele Leute da dranhauen. Schon viele, oder? Jawohl, die steht. Als ich würde sitzen im Fehl. Ich glaube besser. Hallo. Oh, der war freundlich. Der war sehr freundlich. Es gibt es mit dem Stau. Oh, ja. Nun kommen wir, was machten der da? Zu den einigen wenigen Kreisverkehren hier. Gibt, glaube ich, plus zwei. Einmal da. Und einmal da. 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 Da hinten. Wir waren, glaube ich, links oben schon könnte es sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier war oder links oben. Nächste Haltestelle. Menzinger Kreuz Ost. Oh, wow. Menzinger Kreuz Ost. Wo müssen wir denn hin? Ach, links, okay. Das ist ja auch echt der Östückkreisverkehr, den ich sehe. Äh, mit... Ampelschaltung. Oh, lol, das ist einfach dagegen gefahren. Äh, haha, haha. Hat ja, hey, das habe ich auch noch nie gesehen. So, einmal rum. Da ist rot. Da ist immer noch rot. So, jetzt aber. Jawohl. Jetzt muss ich hier rechts. Hier. Und hier ist meine Busseilestelle. Jawohl. Türfreieger, wer bitte? Hallo. Eine Fahrt bitte. Was denn normal? 20 Cent. Oh, 20 Cent. Ein Ticket bitte. Ein Ticket bitte. Platz. Zu similieren. Hallo. Hallo. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich glaube, ich muss einen Unfall bauen. Warum? hier passt auf es bringt wenig kann ich da dagegen auffahren oder gehen Kaninen auffahren da stehen jetzt zwei Leute und, ach, keine Ahnung da vorne ist schon unsere Endhaltestelle ja, ok, gut dann macht's jetzt nichts mehr los uuuh 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 so jetzt haben wir 5 10.05 uuuh 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 so ist wenn man kennt am Steuer überhaupt nicht eng ganz und gar nicht eng ich muss mich strecken